Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Eigentlich geht es mir ganz gut, aber ihr seht, ein bisschen nasse Haare habe ich noch. Es ist der Wahnsinn. Ich habe gerade eben geduscht vor einer Viertelstunde und die Haare sind schon fast trocken. Es ist so unheimlich warm. Wir haben im Schatten 28 Grad. Ich möchte nicht wissen, wie heiß es in der Sonne ist. Und vielleicht versteht ihr, warum ich so jetzt vor euch sitze, bei diesem warmen Wetter. Ich habe auch hier überall, wir haben ja eine Dachwohnung, die Jalousien runtergemacht, die Fenster zu, weil sonst hältst du es hier nicht aus. Also ich kann erst heute Abend hochmachen, lüften, obwohl heute Abend wird es wahrscheinlich auch nicht so kühl. Aber Kaffee, warmer Kaffee geht trotzdem, auch bei den warmen Temperaturen. Schminken mag ich überhaupt nicht bei dem warmen Wetter, deshalb sitze ich auch ungeschminkt vor euch. Werde ich auch heute nicht tun mich schminken. Es ist einfach zu heiß. Nichtsdestotrotz möchte ich euch dieses Video jetzt hier drehen. Und zwar habe ich Post bekommen, ich weiß gar nicht, vor knapp, knapper, Moment, vor knapp einer Woche klingelte der Postbote hier und überreichte mir ein kleines Päckchen. Ja, gucke ich auf den Absender, irgendeine Sabine aus München. Hm, Nachname weiß ich nicht. Ja, dann habe ich reingeguckt, habe erst mal Schrecken bekommen, weil, ja, liebe Sabine, erst mal habe ich hier einen kleinen Zettel, da steht drauf, liebe Moldavid, danke für deine Videos, deine Sabine. Ja, das ist so ein süßes Mickey-Maus-Papier. Ja, liebe Sabine, ganz, ganz lieben Dank, dass du mich mit einem Päckchen überrascht hast. Dann habe ich reingeguckt und jetzt sieht das hier drin so aus. Seht ihr? Das ist total, irgendwie alles ist zugestaubt mit pinken Puder. Ich habe mir auch schon hier feuchte Tücher hingelegt. Sabine, erst mal lieben Dank für deine Post. Ich gehe mal davon aus, ja, weiß ich auch nicht, du wolltest mir hier eine Freude machen. Und ich vermute mal, der Übeltäter, der leider kaputt gegangen ist beim Transport, ist vom P2, dieses Herzchen Blush. Das war aus der Just Dreamlike LE. Da habe ich ja eins von, jetzt weiß ich nicht, ob es das war. Äh, Endless Love Trio Blush. Die 020 Greatest Wish. Ja, da muss ich gucken, das ist, das kann ich jetzt auch nicht aufmachen. Oje, das ist total zerbröselt. Vielleicht kann ich es pressen oder so, ja. Ich lasse das jetzt mal hier drin. Ähm, ich werde es nicht wegwerfen. Ich versuche das irgendwie zu pressen oder so. Schauen wir mal. Also, ja, jetzt haben wir, ihr seht schon, hier in meinem Lappen, ich brauche schon neun. Sonst versaue ich mir hier alles mit dem Puder. Leider hat sich das Puder jetzt irgendwie überall die schönen Sachen, ähm, ja. Äh, wie sagt man, drüber gelegt. So, Moment, ich muss mal eben hier. Ja, ich war ja ganz erstaunt, wie gesagt. Und freue mich. Ich ziehe jetzt mal was raus. Oh Gott, ist alles so eingerieselt. Ja, da haben wir hier was Leckeres. Ich mache das jetzt immer hier sauber mal eben. Ähm, Fruity von Schwartau. Eine Multifruchtriegel hat die Sabine mir hier reingelegt. Ähm, sowas esse ich sehr, sehr gerne. Vor allem nach dem Sport oder vor dem Sport. Ich, äh, jogge ja ab und zu bei diesem heißen Wetter allerdings, ähm, wenn, dann nur ganz früh morgens. Weil ich, ich kann nicht so gut bei Hitze joggen. Und ich kann auch nicht gut mit vollem Bauch joggen. Deshalb, ähm, esse ich dann höchstens so einen Riegel vorher. Ich jogge auch am liebsten, ja, morgens oder ganz spät abends. Ja, also vielen Dank. Den werde ich mir beim Sport... Ach, ich sehe noch mehr Riegel. Moment. Ich muss das hier alles mal eben abstauben. Da haben wir noch einen, ähm, Multifruchtriegel. Ja, die liebe Sabine weiß, dass ich jetzt wieder mehr anfange zu joggen. Ähm, um für den, äh, Staffelmarathon im Oktober zu üben. Noch ein Riegel. Moment. Dann haben wir hier noch einen Riegel. Ach, schade, dass das Blasch kaputt gegangen ist, ja. Äh, noch mal zwei Riegel. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt brauche ich auch schon... Oho, neun Lappen. Moment, ich habe hier so Knallfolie. Ja. So. Ich denke mal in München, bei dir, liebe Sabine, ich denke, fast überall in Deutschland ist diese große Hitzewelle. Ich mag ja den Sommer. Aber alles, was über 28, 30 Grad, wenn diese schwülwarme Hitze... Boah, das macht mich fertig. Ich schlafe im Moment auch nur, äh, in kurzen Sachen und auf dem Bett. Also ich decke mich nicht zu. Dann hat sie mir hier, ah, von Veleda, Mandelsensitiv, eine Pflegelotion. Ja, cool. Ich liebe ja, ähm, Veleda. Und, äh, die werde ich auf jeden Fall irgendwann ausprobieren. Ja. Mit Mandelduft. Sehr, sehr schön. Dann habe ich hier noch eine Probe. Auch die ist pink eingestaubt. Äh, von Bar Minerals Complexion Rescue. Das ist eine Gelcreme. So sieht die Verpackung aus. Das ist also so eine Probe. Ah, dann haben wir hier einmal Vanilla und Natural. Also zwei verschiedene, ja, Make-up-Proben, denke ich mal, sind das. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, hier steht alles auf Englisch nur. Ah, und ich und mein Englisch. Irgendwann muss ich mal nochmal so einen Kurs belegen. Ja, werde ich ausprobieren. Vielen Dank, Sabine. So, jetzt haben wir hier ein, was ist das? Von Max Factor Pastel Compact. Ich habe es gerade mal abgestaubt. Pastel Compact. Äh, Pastel Compact. Was ist das? Das ist ein Puder mit Vitamin E. Schützt vor lichtbedingter Hautalterung. Das ist gut. Gut, parfümfrei. Aber der Farbton, wo steht? Ach, die Fiat Pastel steht hier unten. Moment. Da. Okay, ich öffne das jetzt mal. Ich hoffe nicht. Wie geht das denn auf? Da. Einfach. Ah, ja. Okay. Ja, der Farbton gefällt mir. Ein sehr helles Puder. Ich habe ein bisschen Farbe bekommen im Gesicht. Ich benutze im Moment von Nivea, habe ich so eine neue Gesichtscreme. Ich komme jetzt nicht auf diese Creme-Reihe, auf den Namen. Da ist der Lichtschutzfaktor 30 drin. Und normal sind in den meisten Cremes, die ich bisher besessen hatte, immer nur 15. 30 für eine Tagescreme finde ich schon toll. Aber ein bisschen Farbe habe ich gekriegt, ja. Gut. Vielen Dank für das Puder. Dann haben wir hier einen ziemlich zugestaubten Nagellack von Catrice. So, wir wollen den mal hier säubern. Bin mal gespannt, ob ich mit meinen Feuchttüchern auskomme. Ja, echt schade, dass das kaputt gegangen ist. Eine sehr schöne Farbe. Das ist aus der limitierten Edition Nude Pursum, die 01 Taupeless. Ja, das ist so ein schöner... Also gefällt mir. Ist genau so mein Farbschema auch. So nicht zu auffällig. Kann ich mir auch für jede Jahreszeit sehr gut vorstellen. Und den habe ich, meine ich, auch noch nicht. Nude Pursum. Okay. Vielen, vielen lieben Dank. Werde ich bestimmt mal bald lackieren. Oh, schaut mal, wie das eingesaut ist. Oh Mann. Ich muss es... Ja, das ist von Max Factor. Das kann ich lesen. Oh, schön. Eine CC Color Correcting Cream. Instant Komplexen. Die 50 Natural mit Lichtschutzfaktor 10. So. Finde ich toll. CC Cream habe ich noch nicht von Max Factor. Ich habe Ihnen eine andere. Und wollen wir mal hier ein Pröbchen nehmen. Sieht so aus. Wie gesagt, das ist jetzt die 50 Natural. Oh ja. Hat einen angenehmen Duft und sieht so aus. Ein klein wenig... Ja, so orangetischig, aber es geht. Ne, guckt mal, wenn ich das verteile. Und CC Cream. Ist eine CC Cream nicht noch leichter sogar wie eine BB Cream? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hier hinten steht drauf, angereichert mit pflegenden Inhaltsstoffen. Spendet die Formel Feuchtigkeit und verleiht Ihrer Haut sofort einen strahlenden Tömpel. Vielen, vielen lieben Dank. Freue ich mich sehr. Habe ich einen Puder von Max Factor und eine CC Cream? So. Oh. Was ist das? Mit einem Spiegel sehe ich. Hä? Oh Gott, das geht gar nicht sauber. Warum kriege ich das nicht sauber? Guckt mal. Ich... Oh Mist. Das ist so schade, dass das jetzt so... Alles verdreckt ist von dem Puder. Ich kriege es gar nicht sauber. Hier, schaut mal. Ich putze und putze. Peel off. Das ist irgendwie hier so ein Spiegel. Da ist noch eine Folie drüber. Moment. Hier steht irgendwas. Von Alessandro. Au, ein Lippenstift. Ein sehr, sehr... Oh, der ist sogar noch ungenutzt. Ein Lippenstift von Alessandro. Ich glaube, das ist sogar mit ein bisschen Glitzer drin. Seht ihr? Mit Spiegel. Das finde ich ja klasse. Ja gut. Ich bin ja nicht so die... Hm... Die Pinkträgerin. Das ist schon sehr, sehr knallig. Schön cremig. Und mit so ganz feinen, hellen Glitzerpartikeln versehen. Vielen, vielen lieben Dank. Auch wenn er jetzt nicht irgendwie hier... Ja, ich muss den, glaube ich, mal richtig putzen. Hier mit dem feuchten Lappen kriege ich den nicht sauber. Und, ähm... Ach nee, Moment. Hier war ja noch so ein Nöppel. Seht ihr das? Da ist noch so ein Nöppel. Ach cool. Da geht... Oh, jetzt blinde ich euch. Da haben wir dann hier Licht sogar. Also das ist ein Lippenstift von Alessandro, der einen Spiegel besitzt und einen Licht-An- und-Ausschalter. Cool. Ich werde es versuchen. Jetzt im Sommer sind ja solche Farben... Mal gucken. Ich weiß nicht. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob mir solche knalligen Pinktöne auch stehen. So, ich brauche nochmal einen feuchten Lappen. Ich glaube, ich muss mir noch... Ja, ich glaube, diese Packung Ebelin an feuchten Tüchern, die sind gleich leer. Das nächste, was ich rausnehme, ist ein Lipgloss, müsste das sein. In einem sehr knalligen, ja, Rotton aus der Infinite Shine Lipgloss-Reihe. Und ich glaube, der beinhaltet auch ein wenig Glitzer. Ja. Das ist die Nö. 130. How do you date to wear? Wir machen mal einen Swatch. Der riecht angenehm. Ho, 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 ho. Ja. Das ist dieser Farbton. Auch ein schönes, knalliges Rot, ne? Okay. Ja. Ich denke mal, sowas werde ich mischen. Manchmal, wenn ich so einen eher matten, nicht so farbintensiven Lippenstift trage, dann versuche ich sowas schon mal auch zu peppen mit so einem Ton. Werde ich ausprobieren. Vielen, vielen lieben Dank, Sabine. Dann habe ich hier einen Manhattan-Nagellack. Den muss ich auch erstmal ein bisschen von dem Puder befreien. Manhattan finde ich toll. Oh, das ist ein Quick and Dry, 60 Sekunden-Nagellack. Der trocknet sehr schnell. Die 11a. Ja, die haben ja meistens keine Namen. So, und das ist, glaube ich, einfach ein schönes Weiß. Ja. Weiß ist immer gut zu gebrauchen. So als Topper, ne? Als Untergrund, als Basecoat auch. Vielen, vielen lieben Dank. Dann haben wir hier noch einen Nagellack. Oh, das kenne ich nicht. Die Marke kenne ich nicht. Sehe ich schon. Konen. Da steht Konen drauf. Moment, ich muss ihn eben ein wenig entpudern. Ein sehr schöner Peach. Geht auch ein bisschen ins Pink. Ja, da steht Konen drauf. Das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Hat der einen Namen? Boah. Ne. Steht nur Nagellack drauf. Aber ist eine tolle Farbe. Jetzt auch so ein bisschen pastellig. Mag ich sehr. Und wie gesagt, mein erster Nagellack von Konen. Ganz lieben Dank, Sabine. Dann sehe ich noch einen Nagellack. Von Maybelline. Oh. So einen habe ich aber noch nicht. Aus dieser Forever Strong. Calcium, Eisen und Silicea. Oh, schön. Also ein Nagellack, der auch Inhaltsstoffe beinhaltet, die den, hier steht drauf. Stärkender Nagellack hält bis zu sieben Tage. Perfekt präzises Auftragen dank Profi-Pinsel. Ähm. Jetzt sehe ich hier keinen. Doch. Das ist die Nummer 11. Rose. Metallic Rose. Die Nummer 11. Ja. Dann man sieht es auch. Der hat einen sehr schönen metallischen Schimmer. Super, super tolle Farbe. Habe ich auch noch nicht. So, jetzt brauche ich noch mal einen neuen Lappen. Oh, schade. Die Bonbons. Hier hat sie mir diese leckeren Bonbons reingelegt. Von dem zwei. Die liebe ich ja. Ja, ich denke mal. Ich gucke mal. Ich hoffe mal, dass das Puder nicht durch dieses Papier gedrungen ist. Dann kann man die ja noch essen. Also, ne. Da gucke ich mal gleich. Vielen Dank. So, und was haben wir hier noch? Guckt mal, wie eingesaut das ist. Das ist so schade. Naja. Man kann das. Das ist von Astor ein Skin Match Powder. Habe ich auch nicht. Ne. Von Astor habe ich generell nicht viel. Ich muss auch gestehen, bei Astor halte ich mich nie so lange auf. Keine Ahnung warum. Aber, was haben wir hier? Das sieht jetzt so aus. Die 100 Ivory. Ultra fein. Extra feines Kompaktpuder passt sich der Hautfarbe und Hautstruktur an. Makelloses, natürliches Finish. Hält den ganzen Tag. Okay. Oh, da hat es einen Klebestreifen drüber gemacht. Mist, Moment. Ich habe doch eine Schere. Vielleicht kriege ich das offen. Äh. Wartet. So. Jetzt müsste es gehen. Oh ja. Da haben wir sogar, ich habe jetzt die Unterseite aufgemacht, einen Spiegel. Einen Schwämpchen. Schön zum Mitnehmen. Und hier oben dann das Puder. Oh ja. Ein sehr schönes, helles Puder. Schaut mal. Prima. Freue ich mich. Werde ich auch mal ausprobieren. Natürlich. Wird alles ausprobiert. Dann haben wir hier, das kommt mir bekannt vor, aus der P2 Dresscode Happy. Dieses Blush. Da gab es zwei verschiedene Farben. Das ist jetzt die, Moment. Ich muss mal eben das Puder wegmachen. Die 020 Sweet Melody. Ich habe da einen von. Meine ich, oder? Oder habe ich den verschenkt? Ich glaube, mich dran zurück zu erinnern, dass bei diesen Blushes, die wunderschön aussehen mit der Stanzung, ich glaube, die Farbabgabe war nicht so der Burner. Jetzt kriege ich ihn auch gar nicht auf. Doch, Moment. Ist halt so eine Pappverpackung. Ja, total schön mit den Herzen. Ne, ich glaube, ich hatte die dunklere Version. Schaut mal. Wunder, wunderschön. Und ich gehe jetzt mal mit dem Finger durch. Ja, ich drücke ziemlich fest. Aber schaut mal. Also das ist ein sehr, ja, wie soll ich sagen, dezentes Blush. Kommt in meine Sammlung. Ganz, ganz lieben Dank, Sabine. Freue ich mich auch sehr drüber. So, Moment. Das kommt da hin. Ein neuer Lappen. Ein paar habe ich noch. Mal gucken, ob es reicht. Oh, was haben wir hier? Hier, ein Stück Papier, was auch jetzt so ein bisschen Puder abbekommen hat. Ach, von Bare Minerals. Ready? Was ist das? Da hatte ich ja gerade diese Proben. Das ist wahrscheinlich so ein Beipackzettel, wie man das anwendet. Testen Sie die Kraft positiv geladener Seemineralien. Okay. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wozu es genau gehört. Wir werden sehen. Dann finde ich hier noch drei Nimm-Zwei-Bonbons. Prima. Ach, und jetzt hat sie... Ja, genau. Und das, glaube ich, das habe ich. Dieses hier. Es gab ja zwei aus der P2-Dresscode Happy LE. Und das ist die 010 Sweetheart. Es kann aber auch sein, dass ich beide hatte und dass ich beide abgegeben habe. Ich liebe ja Blushes. Aber da freue ich mich ja umso mehr, dass ich... Huch, jetzt beide wieder habe. Kommst du? Ja, das ist halt die Version mit den pinkfarbenen Herzen. Auch sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, die geben nicht viel Farbe ab. Ne, ihr seht. Aber, äh, ja, ich sag mal, ich über Blush, Overblush oder, ja, ich nehme immer sehr viel, sehr schnell zu viel Blush. Und hiermit kann mir das dann nicht so schnell passieren. Ganz lieben Dank, Sabine. So, jetzt haben wir hier noch so einen kleinen Mini-Nagellack. Auch mal eben entstauben. Von Alessandro. Ein wunderschönes Jeansblau, würde ich sagen. Alessandro ist auch eine tolle Marke. Ist nicht ganz so günstig. Äh, Just Tipsy steht hier drauf. Süß. Ja, und so eine kleine Nagellackflasche kann man auch schon mal eher dann aufbrauchen. Ich liebe ja Nagellacke. Schaut mal, ein sehr, sehr schönes Blau. Wunder, wunderschön. Danke. Vielen, vielen Dank, Mensch. Sabine. Oh, jetzt habe ich hier noch ein Produkt von Bare Minerals. Moment, ähm, ich versuche das mal ein bisschen sauber zu machen. Vielleicht gehört da die, äh, die Beschreibung zu. Ja, ich glaube schon. Das ist Bare Minerals Ready mit Lichtschutzfaktor 2. Ach, das ist eine Foundation. Okay. Ja, ich glaube, da gehört der Zettel bei. Moment. So, jetzt könnt ihr es besser lesen. Sieht so aus. Das ist eine flache, äh, Schachtel. Okay. Dann haben wir hier nochmal Text. Auf Englisch. Und hier. Das ist Foundation. Okay. Muss ich dann den Schwamm anfeuchten? Vielleicht, ne? Ich bin jetzt mal mit dem trockenen Finger durchgegangen. Hm. Ja, könnte passen. Ja, da muss ich mir das mal durchlesen. Ich vermute mal, Sabine, dass das dazu gehört. Äh, wenn du dieses Video siehst, dann schreib mir das mal bitte, ob ich richtig liege. So, jetzt habe ich noch, noch einen Nagellack. Oh, der hat ganz viel Puder abbekommen. Moment. Den entstaube ich mal eben hier über den Karton. Oh, was ist das denn tolles? Moment. Maybelline Dream? Ne, das ist kein Nagellack. Das ist ein Tester. Da hat sie mir irgendwo von Tester mitgeschickt. Ähm, das ist Wonder Nude. Kenne ich gar nicht. Schaut mal. So geschrieben. Ja, hier seht ihr das Puder noch. Und das scheint mir eine Foundation zu sein. Ich dachte, er ist ein Nagellack. Ähm, unverkaufliches Muster. Mal gucken, mal schauen. Okay, da haben wir hier so einen Applikator. Ja, das ist irgendeine Foundation. Ziemlich flüssig. Das ist, äh, Farbton stand glaube ich gar nicht drauf. Oh ja. Aber, ein schöner, heller Farbton. Äh, doch, hier steht die Farbe. Das ist die 10 Ivory. Maybelline Dream Wonder Nude. Okay. Aber finde ich schön, so zum Ausprobieren in dieser kleinen Größe. So. Vielen, vielen lieben Dank. So, und jetzt haben wir hier noch zuletzt ganz unten, oh, und ganz doll zugestaubt, solche Beutel. Was ist das? Moment, ich nehme mir mal einen. Das scheint mir Porridge. Ah, okay. Porridge. Oh Gott. Hier unten steht das irgendwo Porridge. Ja, ich blende euch. Ich glaube, das ist sowas, was man sich morgens als Müsli essen kann. Kann das sein? Liebe Sabine. Liebe Sabine, sie ist jetzt auch kein Zettel. Auf den anderen steht auch drauf Porridge Natur. Ich glaube ja, ne. Das, äh, wendet man glaube ich mit Milch an. Oder mit Wasser. Ich bin mir nicht sicher. Sabine, schreibt mir das bitte. Ich werde es ausprobieren. So, für auch die Schnelle ist das ja mal schön. Ja. Äh. Schade, dass das kaputt gegangen ist. Ja. So, das war's. Ähm. Ja. Sabine. Ich meine, da kannst du ja jetzt eigentlich auch gar nichts dazu. Wahrscheinlich. Äh. Äh. Ja. Da ist die Post mit dem Päckchen nicht gerade behutsam umgegangen. Äh. Nichtsdestotrotz, ich versuche das kaputt gegangene Blasch irgendwie zu retten. Ansonsten, ähm, vielleicht kann ich es irgendwie anders umfüllen. Mal schauen. Also ganz, ganz lieben Dank nach München, liebe Sabine, für dein Päckchen hier mit den schönen Sachen. Kann ich jetzt viel ausprobieren und testen. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm. Ja. Jetzt habe ich noch. Also ganz liebe Grüße, Sabine. Und vielen, vielen lieben Dank. So. Jetzt habe ich noch was bekommen. Ähm. Von der lieben Bianca. Sie folgt mir auch auf Instagram. Da heißt sie, glaube ich, chikagirl89 oder 81. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und die Zahlen kann ich mir nicht mehr. Aber ich, äh, kenne sie schon seit längerem. Und wir sind auch so in Kontakt. Und dann hat sie irgendwann mal, ich glaube von H und M war das so ein toller, tolle Nagellacke gepostet. Die hatten so eine, ähm, ähm, Eistüten. Also die Kappe oben war als Eistüte. So total süß. Und wenn sie Bilder postet auf Instagram, ähm, ich kann, ich schreibe euch den Instagram-Namen in die Infobox oder jetzt hier irgendwo ins Bild, ähm, weil sie hat, äh, auch eine große Liebe für Nagellacke und hat auch immer sehr schöne Nageldesigns und postet da auch sehr häufig, äh, auf Instagram Fotos von ihren, äh, Nagellacken und Nägeln. Und ja, wenn ihr Lust habt, schaut mal bei ihr vorbei. Ist auch eine ganz, ganz liebe Maus. Liebe Bianca, ja, und sie hat mir hier, ähm, eine Versandtasche geschickt. Sie hatte mich gefragt, Nadine, wenn dir der Nagellack so gut gefällt, dann gucke ich mal bei H und M, vielleicht finde ich ja noch einen. Ja, habe ich gesagt, das fände ich total lieb, dann schau mal, ne. Ja, und dann kriege ich irgendwann, das heißt irgendwann, vor zwei Tagen, diese Versandtasche. Da habe ich sie angeschrieben. Ich sage, Bianca, ist der Nagellack so groß gewesen, dass, äh, ja, da hat sie natürlich gegrinst, ne. Nein, sie hat gesagt, sie wollte mir noch ein paar andere Kleinigkeiten zuschicken. Vielen, vielen lieben Dank erstmal, Bianca, dass du dir überhaupt die Mühe gemacht hast und für mich nochmal nach so einem Nagellack zu schauen, weil ich weiß von vielen, die waren sehr gehypt. Und ich denke mal, wenn ich den jetzt gleich hier finde, jetzt habe ich es auch, wie süß. Ach, schaut mal, sie hat mir in Geschenkpapier die Sachen eingepackt. Bianca, du wolltest mir doch nur den Nagellack schicken. Moment. Oh, und ein Brief. Dann lese ich, das gibt es doch nicht. Oh, du bist so eine liebe Maus. Ja, wirklich eine ganz liebe. Jetzt habe ich hier mehrere, ähm, Päckchen und jetzt, ach, wie schön, mit einer Eule. Ich liebe ja Eulen, für dich, schrei. Und schaut mal, hier so ein Pilz und hier so eine schöne Eule. Ich hoffe, Bianca, ich darf den vorlesen. Ich schaue mal. Ach, wie toll. Liebe Nadine, ich schicke dir ein paar Kleinigkeiten. Hoffe, sie gefallen dir. Ganz bestimmt, Bianca, aber das wolltest du doch nicht. Das hier sind kleine Eulen, Eulen-Tattoos für die Nägel. Wünsche dir einen schönen Tag. Liebe Grüße, Bianca. Ach, guckt mal. Ach, das ist ja toll. Hat sie erst mal hier überall so Blümchen gemalt. Hier hat sie Puma geschrieben. Und das sind wohl die Eulen-Tattoos. Die hat sie hier so festgeklebt. Und das ist ja toll. Wie wende ich die denn an? Ich bin da ja so ein bisschen... Muss ich die nass machen oder kann man die einzeln? Bianca, du musst mich nochmal anschreiben. Vielleicht auch über WhatsApp oder so. Erklär mir das mal hier. Ganz, ganz lieben Dank. Du bist verrückt. So, und jetzt gucke ich mal, Bianca. Weil, ich glaube, anhand dieser Form und dieser spitzen Kuppel hier oben, würde ich mal behaupten, dass das der Nagellack ist. Und den mache ich jetzt auf. Lust auf ein Eis hat sie draufgeschrieben. Ach, wie süß. Mann, du hast dir so viel Arbeit gemacht. Ja, ich hätte jetzt große Lust auf ein Eis. Ich liebe Spaghetti-Eis. Wenn ich... Ich habe jetzt schon... Zweimal war ich in der Eisdiele und habe beide Male Spaghetti-Eis. Normale Spaghetti-Eis, ja. Oder ich liebe auch Tartufo. Ja, schaut mal. Ich glaube, ich muss heute noch in der Eisdiele. Ach, wie schön. Das sieht so toll aus, Bianca. Wahnsinn. Boulevard de Boutet. Okay. Moment. Jetzt suche ich gerade hier einen Namen oder so, aber ich zeichne euch erst mal. Wunder, wunderschön gemacht. Total süß, ne? Und das ist so ein schönes, helles Grau-Blau, würde ich sagen. Ja. Und jetzt kann ich euch, glaube ich, nicht sagen... Wartet mal, hier ist so ein Schildchen. Ich mache mal hier das Ding offen. Genau, da ist nämlich... Ach, das finde ich genial. Oh ja. Und was ich toll finde, der hat auch so ein... Moment, ich streife nochmal eben ab. Der hat so ein schönes, breiteres Pinselbürstchen. Das liebe ich ja, ne? Ja, jetzt habe ich schon einen anderen Nagellack drauf. Aber ich habe hier ein Nagelrad. Moment. Ich pinsel mal eben die Farbe auf. Ich bin ja neugierig. Oh ja. Das ist auch schön dezent. Das ist nicht zu... Ne? Wenn man jetzt mal was Dezentes möchte mit ein bisschen Farbe. Er ist, glaube ich, auch fast deckend in einer Schicht. So, Moment. Da ist er. Da haben wir ihn. Ja. Wunder, wunderschön. Das... Ich würde sagen, das ist so ein Blau-Grau, der hier, ne? Muss ich jetzt vorsichtig zur Seite legen. Ja, Bianca. Moment. Und jetzt war hier so ein Schildchen. Ich gucke mal. Die haben wohl 1,50 Euro gekostet. Das steht hier. Ähm... Jetzt steht hier nur keine Bezeichnung. Na. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, was das für eine Nummer ist. Wahrscheinlich gibt es die auch gar nicht mehr. Aber vielleicht unter meinen Zuschauern hier, vielleicht hat jemand von euch auch diese lustige Eistüte als Nagellack. Ganz, ganz lieben Dank, Bianca. Total lieb von dir, dass du mir den noch besorgt hast. Weil so einen tollen Nagellack mit so einer süßen Eistüte obendrauf habe ich noch gar nicht. Und den werde ich auch in Ehren halten. Ähm... Ja. Vielen, vielen lieben Dank. So, und jetzt hast du mir hier noch mehr reingepackt. Na gut. Wenn du Sachen einpackst, steht hier drauf. Wenn ich Sachen einpacke... Ja, wenn ich Sachen einpacke, brauche ich manchmal meistens Tesaföhn, Geschenkpapier. Knallfolie. Ja. Aber das hier fühlt sich interessant an. Ich wüsste jetzt nicht anhand von Fühlen, was das ist, wenn ich Sachen einpacke. Ach, wie schön. Was? Chalk-Tags. Was ist das denn? Das sind Kreidetafel-Anhänger. Das habe ich ja noch nie gesehen. Schaut mal. Total süß. Das sind so ganz viele Schildchen mit Kreidetafeln. Und hier ist sogar eine Kreide mit dabei. Ach, das finde ich ja toll. Wo gibt es denn so tolle Sachen? Boah, das sind aber viele Tafeln. Das sind ganz viele verschiedene Farben auch. Super. Werde ich auf jeden Fall da mal irgendwann mit ein Geschenk verschönern. Finde ich eine super süße Idee. Habe ich noch nie gesehen. Und dann sind hier auch noch so Kordelbänder zum Befestigen. Ah, toll. Ganz lieben Dank, Bianca. Mann, wo findet ihr immer diese tollen Sachen? Dann haben wir hier was Größeres. Habt da sofort an dich bedacht, steht da drauf. Das ist was ziemlich schweres. Eckiges. Boah, mir ist so warm, Leute. Ich glaube, ich hole mir gleich meinen Ventilator hoch. Ich habe im Keller noch... Ich glaube, meine Haare sind auch fast trocken. Ja, natürlich sind die jetzt nicht so... Liegen sie jetzt heute nicht so. Aber das ist mir sowas von egal. Wahrscheinlich mache ich mir gleich eh einen Zopf. Binze mir irgendwie zusammen die Haare. Es ist einfach zu warm. So, jetzt gucken wir mal. Was ist das hier? Da hast du sofort an mich gedacht. Ah, ich glaube... Schaut mal. Könnte das Untersitzer sein? Ach, wie schön. Ja, ich als Kaffeetante, ne? Bianca weiß, ich liebe Kaffee. Hat sie mir solche Untersetzer reingepackt? Die gefallen mir sehr, sehr gut. Schaut mal. Ach, sowas würde ich jetzt auch gerne. So ein Eiskaffee. Hm, lecker, lecker, lecker. Das sind mehrere. Das sind, glaube ich, ein, zwei, drei, vier, sechs Stück. Wow. Ich habe Untersetzer, aber die sind so rund und so klein. Und ich finde das perfekt. Perfekt. Ganz, ganz lieben Dank. So tolle Untersetzer habe ich noch gar nicht gehabt. Mann. Dankeschön. Wahnsinn. Ah, Bianca, Bianca. Strahlt wie die Sonne. Okay. Strahlt wie die Sonne. Was Kleines, rupeliges. Ja, die Sonne strahlt. 29 Grad im Schatten. Ich habe auch Puma eben ein bisschen abgespritzt mit blauwarmen Wasser. Der schwitzt natürlich auch. Also in der Mittagshitze laufe ich auch nicht mit ihm. Wir haben ja eine große Wiese. Da kann er sich in Schatten legen. Und ja, das ist extrem einfach, auch für die Tiere. Da hat sie mir hier irgendwas strahlt wie die Sonne in Taschentuch jetzt noch eingepackt. Irgendwas Hartes. Könnte das ein Stein vielleicht sein? Oh, Moment. Oh, das ist ja schön. Ja, das ist so ein, ach wie toll, das ist ein Anhänger, so ein Herzchen Anhänger. Schaut mal, aus so einem ganz tollen Glas. Wunderschön. Das sieht aus wie so ein Bärenstein. Jetzt habe ich, doch, Moment, ich teste das mal. Vielen, vielen Dank. Ich habe ja hier meine chinesische Jade. Ich teste das jetzt mal. Mal gucken, ob der Stöpsel hier passt. Perfekt. Wow. Wenn man das hier so gegen das Licht hält, dann sieht das aus wie so ein Honigtopf. Oh, ist der schön. Schaut mal. Wunder, wunderschön, Bianca. Den werde ich heute umlassen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wie gesagt, der leuchtet so schön. Ja, also der strahlt wirklich wie die Sonne. Ganz, ganz lieben Dank. Hast genau meinen Geschmack getroffen. Und der ist auch nicht so schwer. Das finde ich toll. So, der kommt jetzt erstmal dahin. Vielen, vielen lieben Dank, Bianca. Mann, du bist verrückt. Lila Blau steht hier auf dem Nächsten. Lila Blau. Okay. Lila Blau finde ich ja toll. Aber Lila ist ja meine absolute Lieblingsfarbe. Hä? Könnte auch ein Nagellack sein. Ja. Wow. Moment. Boah, der ist ja genial. Boah. Von Maybelline aus der Forever Strong Super Stay 7 Tage Reihe. Ein wahnsinnig toller Nagellack. Stimmt. Der changiert. Oh, Moment. Der changiert ein bisschen. Schaut mal. Der hat auch so metallischen Glanz. Und changiert von Blau nach Lila. Auch ein bisschen Türkis. Boah. Geil. Der ist super schön. Die 863 Aqua Days. Die 863. Wahnsinn. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich mir als nächstes auf die Nägel mache. Am besten mache ich mir auf allen Fingernägeln einen anderen drauf. Wahnsinn. Ganz, ganz lieben Dank, Bianca. Der ist super, super schön. Genau mein Beuteschema. Jetzt haben wir hier noch zwei Sachen. Bianca. Kommst du mit aufs Meer? Oh ja. Würde ich sofort machen mit dir, Bianca. Wo wollen wir denn hin? Italien? Egal. Am besten, wo ich nicht hinfliegen muss. Aber dann wird es schwierig. Reicht auch die See? Kommen wir auch zur Nord- oder Ostsee? Hauptsache Wasser. Ich glaube, ich nehme auch gleich noch, wenn ich mich gleich nach draußen setze, einfach mal so ein Fußbad. Schön so eine Schüssel mit kaltem Wasser und die Füße reinhalten. Kommst du mit aufs Meer? Okay. Och, das gibt es ja nicht. Von Essence aus der Like a Naughty Girl L.E. Das ist ja dieses Eau de Toilette L.E. Da gab es ja auch diesen wunderschönen Blush. Soll ich dir was sagen? Du hast bestimmt vielleicht das Wanderpaket mitbekommen. Und ich habe meiner Maus Nadine als Goodie das reingepackt. Und habe wirklich davor gestanden und überlegt, soll ich es mir auch mitnehmen? Ich war drauf und dran, es mitzunehmen. Habe es nicht gemacht. Als hätte ich es gewusst, dass du es mir reinpackst. Weil der Duft... Gut, wir halten jetzt nicht so lange wie andere Parfums oder Eau de Toilettes. Aber wenn ich es dann mal irgendwann ausgepackt bekomme, erstmal finde ich auch die Aufmachung sehr schön. Schön maritim. Erstmal finde ich diese kleinen Flaschen unheimlich schön. Gut auch zum Mitnehmen in der Handtasche. Und ja, ich habe ihn mir nicht mitgenommen. Und jetzt habe ich ihn dann dir. Ja, das riecht einfach aquatisch frisch, sauber. Ganz, ganz toller Duft. Den werde ich mir heute Abend auflegen. Heute Abend haben wir vom Frauenchor Vorstandssitzung. Und ich bin ja Schriftführerin. Und da muss ich hin. Da werde ich mir den heute Abend aufsprühen. Ach, jetzt bin ich total happy gerade, weil ich habe echt überlegt, ob ich ihn mir mitnehmen soll. Aber dann habe ich es da gelassen. Vielen, vielen lieben Dank, Bianca. Du bist ein Schatz. Mann, solltest doch nur den... Es war doch nur der kleine Nagellack eigentlich. Das Letzte. Für dein Hobby. Für mein Hobby steht hier drauf. Okay, ich habe ja viele Hobbys. Tischtennis, Tanzen, YouTube. Ein bisschen so meine Edelsteine natürlich. Nicht nur ein bisschen. Joggen. Vielleicht hast du mir hier irgendwie so Powerriegel reingepackt. Hm, ich habe ja viele Hobbys. Mal schauen. Irgendwas Flacheres. Wow. Für mein Hobby. Wie süß. Von Miss Sporty. Das ist ja toll. Ein Twin Pack. Da haben wir einmal hier einen... Guckt mal. Hier steht Miss Sporty. Einmal einen sehr, sehr schönen, auch lilafarbenen, finde ich. Glitzernagellack. Und einen total schönen Lidschatten. Monolidschatten. MMM. Ich muss es auspacken. Moment. Schere. Mann, du bist verrückt. Bianca. So, so tolle Sachen hier. Moment. Wieder so ein schöner Nagellack. Und für mein Hobby, ja. Die, die mich länger verfolgen, die wissen ja, die kennen meine Lidschatten-Lottos. Mein eigens erfundenes, ja, Video-Format. Oh my, my game. Oh my game. Also ich zeige euch jetzt nochmal den Nagellack. Der ist ja Hammer. Ein wunder, wunderschöner Topper. Oder ist der sogar deckend? Das ist die Nummer... Hm. 0, 0, 3. Name scheint er nicht zu haben. Und dann noch dieser wunderschöne... Ich glaube, der... Das ist eigentlich mehr so ein Blau, aber könnte auch... Na, ich bin mir nicht sicher. Das ist die 123 Electric. Cool. Und das ist so ein schön... Kennt ihr die Mandalas? Das erinnert mich an einen Mandala. Habe ich früher mit den Kindern immer im Kindergarten und in der Schule ausgemalt. Habe immer viel Mandalas zwischendurch. Gerade in der Winterzeit hatten sie so schöne... Hatte ich mal so ein Buch mit weihnachtlichen Mandalas. Das erinnert mich daran. Schön. Also der ist jetzt nicht wahnsinnig gut pigmentiert, aber so... Ja, trotz alledem. Er krümmelt auch kaum. Er hat, glaube ich, ganz feinen, dezenten Glitzer. Toll. So einen schönen Monolidschatten mit so einer schönen Stanzung. Habe ich noch gar nicht. Studio Color Mono Eyeshadow. Mit Mineralien. Boah. Und Moment, jetzt mache ich noch folgendes. Guck mal eben, ob der Nagellack trocken ist. Jo, der ist schon trocken, die Eistüte. Und jetzt gebe ich mal diesen Glitzernagellack eben kurz auf mein Nagelrad. Mal gucken. Ich weiß ja nicht, ob der deckend ist. Nee, ist er nicht. Aber ich möchte euch mal eben die Glitzerpartikel zeigen. So, Moment. Aber wunder, wunderschön. Kann ich mir unheimlich gut als Topper über andere Farben vorstellen. Also er hat einen dezenten Lila-Farbton. Aber die Glitzerpartikel gut. In dem künstlichen Licht kommen die jetzt nicht so gut rüber. Aber gefällt mir unheimlich gut. Also ganz, ganz lieben Dank, Bianca. Für all deine wunderschönen Sachen. Und ich bin hin und weg von diesem Herzen. Glas-Herz-Anhänger. Ach, alles, Mann. Und ja, du wolltest... Hier, das wolltest du mir doch nur zuschicken. Ich finde den süß. Total süß. Mann, so tolle Untersetzer. Und hier, das finde ich auch genial. Das finde ich eine tolle Idee. Wahnsinn. Ja, also es riecht noch. Also so schnell verfliegt der Duft jetzt auch nicht. Es kommt wahrscheinlich darauf an, wo man es sich hinsprüht. Oh, ich liebe das. Das riecht so frisch. Also wenn ihr das noch bei euch im DM oder Rossmann noch seht, müsst ihr mal dran schnuppern. Ich mag das ja, diese maritimen, frischen Düfte. Ja, also Bianca, auch an dich ein dickes, dickes Dankeschön. Schick den Küsschen rüber. Vielen, vielen lieben Dank für all die wunderschönen Sachen. Ja, an euch beide, an Sabine und Bianca. Habe ich jetzt eben Nathalie aus Versehen gesagt? Ich hoffe nicht. Boah, die Hitze steigt mir in den Kopf, du ihr. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ja, gestern habe ich zweimal geduscht. Morgens und abends. Und ich glaube, heute Abend werde ich auch nochmal duschen. Das ist echt Wahnsinn. Ich denke mal, ihr habt es bei euch auch so heiß. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen das Wetter, wenn die Sonne scheint. Überhaupt nicht. Aber jetzt, wie gesagt, 33 Grad und ich glaube, morgen soll es 35 Grad werden. Boah, nee. Nichtsdestotrotz, ja, hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich habe mich sehr gefreut über diese Überraschungen. Und ja, ich würde mal sagen, ihr Lieben, genießt das schöne Wetter und ordentlich Wasser trinken und so. Trinken nicht vergessen, ganz wichtig. Ja, ich räume jetzt hier mal auf in aller Ruhe, freue mich über die Sachen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video von mir wieder einschalten würdet. Und bis dahin, ihr Lieben, bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.